Du Freya, wie magst du die frischen Aufstriche von Heuregen? Frisch. Und was hast du da gerade reingegeben? Was ist das? Das ist jetzt ein eingepackter Quagelaufstrich, passend zum Herbst. Ja. Ich hoffe, der hat... Okay, noch einmal. Wie heißt denn das, was so giftig war mit dem Quagel? Wo alle gestorben sind? Michi.